Yo! Was geht ab, YouTube-Blackjack? Wieder mit einem neuen Minecraft-Video am Start. Freunde, wir sind zurück auf der Minecraft-Heldeninsel und zwar folgendes. Max hat einen Plan, da werden wir ihn jetzt dabei unterstützen und zwar müssten wir davon Sand farmen. Also wir haben hier quasi schon angefangen. Wir gehen jetzt erstmal zurück zu unserer Base, da geht es dann weiter und mal schauen, was Max so vorhat. Ihr könnt euch vorstellen, das ist das Ganze, was mit GNT zu tun hat, wenn wir schon so viel Sand farmen sollten, denke ich zumindest mal. Okay, Freunde, es wird spannend. Ich bin mal gespannt. Ente und so sollte eigentlich auch nochmal kommen. Wir gucken mal. Ja, ich würde mal sagen, der Plan ist bisher so, dass es ihn auf jeden Fall an den Kragen gehen soll. Deswegen, ja, schauen wir mal. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, ich mache mich auf den Weg hier zur Paulberger Insel bzw. zur Paulberger Burg und da sehen wir uns dann gleich wieder. Eiti, mein Lieber! Eiti, redet doch mit mir, alter Lumpi! Yo, Blackjack, was geht? Was geht? Alles klar? Was machst du denn, Junge? Äh, ich war Sand farmen für Max und du? Äh, ich glaube, ich brauche Sand farmen. Wofür braucht ihr denn so viel Sand, Blackjack? Ja, ich habe schon gesagt. Also, ich bin der Meinung, das hat irgendwie was mit... Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich habe noch ein paar Alters dabei, die lache ich auf jeden Fall erst mal ein. Aber lass mal gleich Max treffen, oder? Äh, Max hat mir gerade eben geflüstert, dass er gleich hierher kommt. Also, wir können ruhig hier entspannt warten. Ja, okay, sehr gut. Ja. Moment, sag, guck mal, hast du schon die Kur gesehen? Die ist richtig nice. Äh, bam. Ey, der hat mich geholt, Junge. Mach keinen Stress hier. Ne, wie mache ich denn das? Wie benutze ich die? Ach, so eine Pilzsuppe-Ding. Achso. Ja, dann kannst du doch so eine Pilzsuppe-Ding nehmen von dir. Ja, aber Pilzsuppe, sage ich dir ehrlich, ist nicht gut. Ja, ich weiß nicht, das Beste, aber ist halt unendlich Essen, ne? Ja, aber du hast viel zu viele Platzverschwendung fürs Essen, weil du die nicht stacken kannst. Das auf jeden Fall schon. Boah, ich bin gleich mal gespannt, wenn der Chef kommt. Ja, ich würde mal sagen, wir warten kurz, bis Max da ist und dann, ja, soll er uns mal seinen Plan hier verraten. Ey, ID. Ja, was ist denn? Max hat mir gerade eben geflüstert, er macht eine Gruppe. Passwort ist PBL. Komm rein. Ja, okay, lass reingehen. Moin, Jungs. Moin. Was geht? So, seid ihr bereit für die Action heute, oder was? Wir sind ready. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kommen wir jetzt erstmal zur Base zurück, also ich bin sehr weit weg in unserer Secret Base. Was geht ab, Jungs? Was geht? Endlich bist du da. Also, Jungs, ihr wisst ja schon von dem Geheimplan, den wir heute vorhaben. Jawohl. Und ich sag mal so, Leute, wir haben sehr, sehr viel Schwarzpulver. Oha, ich hab hier sehr, sehr viel Sand. Oh mein Gott, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Jungs, sehr, sehr gut. Okay, dann lass mal gucken, dass wir jetzt mal richtig viel TNT machen. Kommt mal hier alle hier rüber. Oh Gott, Leute, mein Inventail ist sogar relativ voll. Ich muss hier erstmal ein bisschen Platz machen. Zack, 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 zack. Okay, wir müssen jetzt erstmal richtig viel TNT machen. Und dann machen wir TNT Minecarts. Weil die haben ja quasi die doppelte Sprengkraft. Also, die sind ja richtig krass, weil die auf einmal in die Luft gehen. So, zack. Zack, okay. Okay, ich hab hier schon mal ein Stack TNT ready. Wenn du ein bisschen Schwarzpulver noch hertust. Ja, 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 ja. Hier, zack, 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 zack. Hier könnt ihr euch noch droppen. Habt ihr noch ein bisschen Sand für mich? Ja. Ja, ich hab ein bisschen für dich. Ade. Sehr gut, perfekt. Okay, Leute. Ich glaub, also, wenn ich richtig gezählt hab, dann müssten wir jetzt auf fünf Stacks TNT kommen. Also, ich hab noch eineinhalb hier. Okay, das ist schon mal gut. Okay, ich hab jetzt dreieinhalb. Wie viel hast du noch, Heidi? Äh, 25. Okay, habt ihr noch ein bisschen... Ein Stack Sand brauch ich noch. Ah, ich hab nur noch einen Block. Hast du noch was, Heidi? Dann geh ich noch mal raus und farm schnell was. Okay, nee, warte, ich glaub... Ja, wobei, so ein halbes Stack wäre noch ganz nice. Weil dann haben wir genau clean hier nochmal ein Stack verprallt. So. Ich geh schnell Sand holen. Quasi hier TNT drunter setzen. Oh, das wäre auf jeden Fall auch eine gute Idee. Ich hab mir grad auch noch was überlegt. Aber die dürft ihr dann jetzt nicht mehr aufmachen, ja? Ich mach da jetzt grad mal ein bisschen TNT drunter, falls man wirklich irgendein Feind hier die Base findet. Also, ich sag ehrlich, ich hab die bisher nie aufgemacht, weil ich schon dachte, dass da TNT drinnen ist eigentlich. Ja, nee, nee, bis jetzt hatten wir da noch nix drunter. Aber ich mach die jetzt hier mal scharf, weil ich glaub, das ganze TNT, was wir haben so viele Minecarts brauchen... Also, ich glaub, pro Minecart kann man ja eh nur ein TNT setzen, oder? Nein, 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 du kannst es da drin stacken. Ah! Du kannst da unbegrenzt viel drin stacken. Du hast dann unten so einen Schatten und umso mehr du reinmachst, umso schwärzer wird der Schatten. Ähm, aber du brauchst ja ganz viele Minecarts dafür. Aber ich mein, einen Minecart craftest du ja eh nur mit einem TNT im Mind. Oder kann man mehrere TNT in einen Minecart reinmachen? Glaub auch nicht. Nein, nur eins. Ja, okay. So, ich hab auf jeden Fall ein paar Minecarts geholt. Mach's bitte. Okay, perfekt. Ja, Mann, um Ente ein Herz zu ziehen, sag ich so, wie es ist. Ähm, ja. Also, wäre natürlich besser, wenn ich kein Herz dabei verlieren würde, wenn ich auf sicherer Distanz wäre. Aber, ähm, ich weiß halt nicht, wie wir den dazu kriegen. Was ich mir überlegt habe, weil Ente will ja unbedingt meinen Phönix haben. Dass ich, ich mach so, ich fake so eine Auktion. Ich fake eine Auktion von dem Phönix. Stimmt, das wäre eigentlich cool. Das wäre eigentlich cool, aber dann kann sein, dass du da noch andere mit reinziehst. Nimm mal die Minecarts auf, die da liegen, Jungs. Nimm mal die Minecarts auf, die da liegen. Achso, hier ist noch Sand übrigens, ne, was ich geholt habe. Ja, Sand brauchen wir keinen, ne. Max, ich hab's hier schon Antriebsschienen gemacht. Hier, guck mal. Ah, hab ich auch schon, hab ich auch schon. Äh, mach mal den Sand in die Kiste, brauch ich nicht mehr. So, warte mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier mal gucken. Äh, also wir brauchen ja ultra viele Minecarts. Äh, also ich würde sagen, jeder von uns nimmt neun Minecarts. Dann haben wir 27. Okay? Okay, wir können ja, wie gesagt, wir können das ja auch mit normalen TNT ja noch ausschmücken. Ja, das können wir ja noch zusätzlich machen, genau, damit's richtig knallt. Fünf Stück hab ich jetzt, Minecarts. Okay, äh, Eidi, ich brauch mehr Minecarts. Wo sind die Minecarts? Äh, ich hab, ich hab keine mehr, ich hab noch jetzt sechs Stück. Ich kann dir welche geben. Ja, ja, gib her, gib her, wir brauchen, wir brauchen richtig viele. Achso, ja, das sind die, die ich schon gedroppt hab. Ja, das reicht ja noch nicht. Ich hab keine mehr, hat noch mehr Eisen oder so? Äh, ich hab noch Eisen hier, ja. Hast du Eisen? Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Ja, wie viel ist da? Das ist echt ja noch nicht. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt noch? So. Ähm, warte mal, hier haben wir noch 18. Wir können noch welches brennen. Ja, dann brennen wir noch. So, zack. Äh, Gott, ich weiß hier gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Sachen. Oh, das muss auf jeden Fall reichen, wir haben noch eine Chance, ne? Ja, ja, das, also ich, ich würd sagen, wir sind mindestens, also das ist eigentlich das Minimum, was ich, äh, was ich machen würde. Äh, so, jetzt kommt mein Ohr. Wie gesagt, ich würd's mit TNT noch ausschmücken und, ähm, wichtig ist ja eigentlich, weil TNT wird in die Luft fliegen. Ja. So, dass wir bereitstehen, falls er runterkommt und ein Water-MLG oder sowas schafft, dass wir einfach dann draufhauen. Ja, falls, genau, dann müssen wir ihn noch weghauen, weil ich hab's ja auch so überlebt mit einem Herz quasi. Hab dann die Enderperle geworfen, aber man hätte mich easy direkt killen können. Dann zwei, drei Bogenschüsse noch und dann ist er weg. Hier liegt noch ein Minecart, also ich hab jetzt neun Stück, TNT-Loren. Äh, wie viel hast du, Blecky? Ich hab fünf. Fünf, okay, das heißt, du brauchst noch vier und IT, du hast wahrscheinlich keinen oder eine. IT? Fünf Stück, fünf, fünf Stück hab ich. TNT-Loren. Ja. Okay, das heißt, wir brauchen insgesamt noch acht, also vier für jeden von euch. Okay, also acht Minecarts noch, dann haben wir's, Jungs. Acht Minecarts noch. Hier brennt... Oh, hier ist auf jeden Fall noch Eisen drin, ne? Ja, hier brennt noch Eisen. Sehr gut. Perfekt, perfekt. Hier brennt... Ah, warte mal, guck mal, warte, nee, ich bin lost. Ich hab hier auch noch drei Stück. Warte, in meinem Rucksack hatte ich noch drei Stück. Das heißt, wir brauchen nur noch fünf. Äh, ID sammelt die mal auf hier, die drei, die ich gedroppt hab. Noch fünf. Sehr gut, komm, fünf Minecarts. Fünf Minecarts schaffen wir noch. Das sind, äh, wie viel braucht man für einen? Ich glaub, sechs oder so. Das heißt, mit 30 Eisen solltest es klappen. Boah, das wird crazy. Das wird absolut crazy werden, Jungs. Hoffentlich klappt das, ey. Ey, ich hoffe auch, ich hoffe auch. Ich mach einfach auch nochmal ein bisschen TNT. Ich hoffe auch, dass es klappen wird. Was schreibt denn Max, äh, äh, Armin schon wieder? Was willst du? So. Ich hab jetzt ne Burg mit nem Phönix. Das ist unsere Burg mit Phönix. Okay, Armin, vielleicht kriegt doch Armin die Falle ab. Ja, wir müssen mal gucken, weil wenn er jetzt da ist, dann können wir die da nicht platzieren. Oh, weißt du eigentlich schon, dass der mich gestern gekillt hat? Was? Ja, der hat mir gestern in die Luft gespult. Blackjack, warum sagst du das denn jetzt erst? Ja, ich hab gedacht, das wusstest du vielleicht schon. Du hast jetzt nur noch zwei Herzen, oder was? Ja. Ja, Bro, ich sag ehrlich, dann hätt's Armin auch verdient. Dann hätte es Armin auch verdient. Für die Aktion. Eigentlich haben's beide verdient. Eigentlich, oder? Wir locken beide zu der Auktion hin. Armin und Ente. Das wär... Aber dann wird sogar ne Auktionssinn machen, wenn mehrere Leute dann kommen. Ja, 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 ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. Und dann ziehen wir zwei Herzen. Okay, das ist strong. Okay, hat jetzt jeder von euch neun TNT-Loren dabei? Ich hab zehn sogar. Ja, gib mir mal eine. Okay, start. Ich hab sechs Stück nur. Dann. Ja. Dann brauchst du noch. Haben wir jetzt kein Eisen mehr? Gar nichts mehr? Äh, doch, brennt noch. Okay, okay. Zack, äh, gib mir mal her. Ich mach noch mal ein paar. Ja, es sind nur zwei Eisen hier. Gott, außen wird das ja übel. So. Und zack, zack, zack. Oh, Armin ist weg. Da könnten wir's gleich vorbereiten. Ja, ja, das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Okay, hier noch eine. Blackjack, hier ist noch eine. Ja, was? Also du hast jetzt sieben quasi, ne? Jetzt hab ich sieben, ja. Aber ich hab auch noch 15 TNT dabei. Das wird gehen. Also das heißt, wir hätten 26 Minecarts. Wisst ihr, wie viele die Jungs hatten, als sie so viel von uns gekillt haben? Oder Enter, beziehungsweise. Boah, bestimmt ein, zwei Stacks voll. Die haben es richtig übertrieben. Mal aufholen, den Boden. Mal aufholen. Eigentlich, die hätten so viel. Ja, dann brauchen wir auch noch mehr. Ich weiß nicht, ob das da jetzt reicht. Ich würde auf jeden Fall... Ja, es geht ja nur darum, dass er in die Luft fliegt. Die meisten sind ja wirklich nur durch das, äh, durch die Luftfliegen fast draufgegangen. Oh, nee, 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 nee. Die meisten sind direkt dran gestorben. In der Luft kann er sich halt safen, ne? Ja, da müssen wir auf jeden Fall... Ich weiß nicht, also... Ich sag eigentlich so, wie es ist... Boah, aber 27 Stücke ist schon krass. Ja, also ich glaub auch, das ist heftig, 27 Stück. Guck mal, hier ist noch eins. Sag. Okay, okay, komm. Also ich würde sagen, wenn jeder von uns neun hat, dann können wir los. Du hast jetzt... Wie viel hast du jetzt, Blackjack? Ähm, acht. Okay, zack, jetzt halt hier noch eine. Jetzt hat jeder neun. Jetzt hat jeder neun, das muss reichen. Okay, dann würde ich sagen, wir werden das jetzt vorbereiten. Okay, perfekt. Dann komm, raus aus der Base. Raus aus der Secret Base. Leute, wir gehen in den Cut rein, damit man nicht sieht, wo wir sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Burg. Ey, was ist das denn jetzt hier? Boah, was ist das denn? Hier ist ja alles voll mit Eis. Was ist hier passiert, ey? Ah, das war Amir gerade. Amir meint ja gerade, er hat jetzt irgendeine Burg und einen Phönix. Jetzt hat er hier überall Eisboden gemacht. Ha, 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 Amir. Sehr, sehr lustig. Mal gucken, ob er gleich immer noch so lachen wird. Ähm, okay. Sollen wir die Tribüne hier drinnen machen oder eher... Eigentlich wird draußen eher ein nicer, weil dann wird die Burg nicht so zerstört. Ich würde es auch eher hier machen. Vor allem, äh, Weif hat gestern die Burg repariert wieder, ne? Ja, der arme Burg wird immer repariert, wieder zerstört. Ne, wir machen das hier draußen, auf jeden Fall. Ähm, kannst du mir mal ein bisschen Ding droppen, Holz, äh, äh, IT? Ja, hier ist ein bisschen für dich. Okay, wir müssen das jetzt hier voll präparieren. Gut, 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 okay, okay, okay. Ähm, Freunde, ich würde sagen, wir bauen hier mal kurz diese Auktionstribüne. Und hier drunter, Jungs, müssen wir dann das auf jeden Fall so platzieren, dass das hier alles voll abgeht. Und dann hoffen wir, dass es funktioniert. Amir ist, oh, Amir ist wieder beigetreten. Okay, warte mal. Ich schreibe ihm mal. Amir! Warte mal, ich gucke mal, ob der drin ist. Ja, wir müssen aufpassen, dass er uns nicht sieht. Wir müssen aufpassen, dass er das nicht sieht. Und hier ist er. Hallo, meine Freunde! Ach, Amir, was machst du denn hier? Ach so, Max, ich habe mir gedacht, guck mal, wir sind ja hier. Guck mal, wo wir hier so schön sind. In der neuen Eist-Out-Burg. Okay, also nur weil du jetzt hier einen Eisboden gemacht hast, meinst du jetzt irgendwie, das ist hier deine Burg, oder was? Ach so, gehört hier jemanden? Weil hier war niemand. Ich war gar nicht seit Tagen hier. Nee, nee, das ist schon noch die Paulberger Burg. Mach dir mal darum keine Sorgen. Ach so, okay. Mach dir mal darum keine Sorgen, Junge. Wie geht's euch, Jungs, meine Freunde? Ja, uns geht's gut, Junge. Was willst du hier? Mir ist warm. Aiti, Aiti, du hast noch gesagt, du hast nichts mit dem Paulberger Ritter zu tun. Ich muss sagen, aber das Eis gefällt mir hier sogar als Boden. Sieht sogar irgendwie gut aus. Finde ich auch. Eis ist immer am besten. Danke, dass du meine Burg so renoviert hast. Dankeschön. Kein Problem. Äh, Max? Ja? Wie läuft mit der Wife? Äh, mit der Wife läuft's sehr gut. Der ist nach wie vor Supporter von Paulberger Ritter. Hat hier die Burg wieder aufgebaut. Der ist richtig fleißig, der Mann. Der ist ein sehr fleißiger. Aber die Frage ist, Amir, was machst du hier? Ach so, Jungs, ich wollte eigentlich mich nur ein bisschen mit euch unterhalten und fragen, wie das Angebot läuft, dass vielleicht Dings rausgeht jetzt. Wife, ich will abgehört, wenn man rausgeht. Ah, du willst, dass Wife rausgeht. Ah, das ist ja interessant. Ja. Äh, du, Amir, ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht mit Wife gesprochen, aber mal was anderes. Ähm, du siehst ja draußen der Phönix, der da die ganze Zeit, äh, schwebt. Äh, der ist leider ein bisschen zu groß für die Burg hier. Ähm, hättest du Pinspeller Interesse an dem, weil ich überlege, eine Auktion für den zu machen. Äh, ja. Ich würde dir bieten, äh, was könnte ich dir anbieten? Blackjack, was kann ich einem gut anbieten? Du musst, du musst ja, du kannst, du musst ja jetzt noch nicht, ich will eine große öffentliche Auktion machen, wo viele YouTuber kommen können. Wenn er dir ein Schwert gibt, machst du auf jeden Fall nicht, das ist eine Falle. Ein Schwert, warum Schwert? Achtung, hinter die Creeper. Ach, ähm. Ach so, Max, weißt du, was gestern passiert ist? Ja, ich habe schon gehört, du hast Blackjack angegriffen. Nee, ich habe ihn nicht angolgen, ich bin schon hier gelandet. Oh, ist er da runtergefallen? Boah! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Jungs, ich komme da nicht raus, Jungs, Hilfe! Wo bist du denn? Jungs, warum ist das TNT? Oh, oh! Wo? Boah, hat der schon wieder TNT platziert? Ihr habt TNT platziert, Jungs. Hä? Wo denn? Wo ist er denn jetzt, Armin? Wo steckst du, Junge? Hey! Jetzt geht der TNT! Let's go! Hä? Jungs, ich bin da nicht mehr drin, hallo! Ja, da ist wieder Ode! Willst du dich zubüchen? Was ist das denn? Kommt denn der auf einmal her? Hä, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Hä? Ja, ich dachte, vielleicht müsst ihr jetzt Armin halten, weil er die ganze Burg mit Eis gemacht hat und jetzt gibt's eine Schlacht und Blackjack greift mich einfach an. Ja, ich hab gedacht, das ist Armin, sorry. Blackjack, kannst du mir eigentlich erklären, wieso du Armin nicht attackierst, nachdem er dir ein Herz geklaut hat? Ja, weil mich... Das kommt alles mit der Zeit noch. Alles gut. Alles gut. Du verzeihst ihm das einfach? Ja, das Ding ist... Ich mein, wir sind ja jetzt auch zu viert, wir könnten ja auch jetzt Armin kleppen. Ja, das weiß ich ja. Hm. Oha! Oha, wir haben ihn, wir haben ihn! Bitte los, der kann nicht... Jetzt sind ja Luft alle drauf, alle drauf, alle drauf! Alle drauf! Ja, der hat so viele Enderperlen, das kann man vergessen, Bro. Das ist deswegen, das bringt gar nichts. Die werfen alle ihre Enderperlen, hauen ab und... Ach, naja. Wann willst du nicht dagegen machen, dass er immer den Boden mit Eis gemacht hat? Bro, ich muss sagen, das mit dem Eis gefällt mir sogar eigentlich recht gut. Ach so, ja, okay. Aber dass er natürlich Blackjack ein Herz gezogen hat, ähm... Das gibt noch Rache. Das wird auf jeden Fall noch seine Konsequenzen tragen, ja. Ähm... Naja. Ja, erzähl, was? Ähm, nee, nee, du, alles gut. Äh, Russik, wir müssen hier mal ganz kurz uns wieder besprechen, okay? Alles gut, Bro. Ich dachte, hier gibt's Schlachten, aber... Nee, nee, du, du, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts, dir auf offener Fläche anzugreifen, weil ich eh wieder abhau. Ja, das war gestern mit der Ente genauso. Ich hab jetzt mit der Ente gekämpft. Das bringt gar nichts, bringt gar nichts. Bringt nix, bringt nix. Nein, gut, okay. Okay, aber Russik, ich weiß, ich weiß zu schätzen, dass du hier was zum Helfen, ja? Ja, ich war da. Ich weiß sehr zu schätzen. Du hast was gut. Tschüss, Russik. Eher, Russik. Tschüss. Tschüss. Ich mach, ich... Jungs, ich mach wieder Gruppe mit, äh, gleichem Passwort wie grad eben. Ja. Äh, also ich muss ja echt sagen, Russik ist ja wirklich korrekt, deswegen hab ich den jetzt nicht zur Auktion eingeladen. Aber Jungs, ihr merkt, ihr merkt, das bringt nix, die anzugreifen, dann hauen die ab, werfen Enderperlen. Deswegen, wir müssen die wirklich eiskalt erwischen mit ner krassen TNT-Falle. Und ich glaub, diese Auktion von dem Phönix ist dafür das Perfekte. Also, ich würd sagen, wir bauen jetzt hier mal kurz diese Auktionsfläche, werden die TNT-Falle reparieren und dann werden wir alle Jungs zusammentrommeln. Ich glaub, ich werd auch im Discord und WhatsApp denen schreiben, dass es eine Auktion gibt. Ist mir egal, wenn die jetzt hier nicht online sind. Dass die alle schön online kommen und dann hoffentlich werden wir ein paar Leben erziehen können, Leute. Also bleibt auf jeden Fall dran und, äh, ich würd sagen, wir bauen das jetzt hier mal schnell. Let's go. Auf jeden Fall. Das Ding ist, äh, Jungs, ich würd sagen, wir machen einfach, wir sagen, wir hätten den Phönix weggebracht in Sicherheit und wir holen den dann, wenn er, wenn er den, wenn er den gekauft hat. Dann lass uns so machen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Idee, er will ihn ja eh die ganze Zeit haben, aber wir müssen das, 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 das TNT, äh, platzieren, ne? Ente. Was, 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 was sagst du? Wir müssen die Lornen platzieren erstmal. Jaja, lass die Lornen platzieren, schnell die Lornen platzieren. Er ist grad wirklich random gejoint. Okay, let's go, let's go. Okay, komm, 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 komm. Komm mal hier runter. Aber aufpassen jetzt hier. Ich werd ein paar Blöken Anstand nehmen. Ja, warte, hast recht. Ich stell mich hier drauf und platziere die dann. Ähm, ich hab etwas, was dir gefallen könnte. Ah, nee, es soll ja noch nicht herkommen. Warte, ey, drop mir mal schnell die Lornen. Wir müssen jetzt ganz schnell machen. Warte. Drop mir mal jetzt schnell alles, was ihr da habt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, hier auch noch. Warte, 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 warte. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich bin so aufgeregt. Es darf nichts schief gehen, Jungs. Nee, es darf echt nichts schief gehen. Warte mal, ich muss ja hier so ein bisschen niedriger stehen. So, okay, hier kann ich die platzieren. Man muss ja hier so spammen, Leute. So, und zack, und zack, und zack. Okay, drop mir die jetzt mal runter. Die liegen, liegen, ja, die machen wir. Oh mein Gott. Ey, das, Leute, das wird hier so explosiv, was wir hier machen. Holy moly Macaroni. Ah, du heilige. Ich habe unten auch noch rundherum, doch wegen TNT, ne? Ach, hast du, siehst du schon. Ey, das ist zu krass, ne? Das ist zu krass. Ähm, den Knopf noch abbauen. Ja, er macht den Knopf nochmal weg, aber bitte ohne auszulösen. Ja, der ist schon weg. Ey, wenn das klappt, dann haben wir ihm einfach ein Herz gezogen. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich zu krass, was hier abgeht. So, und zack. Ey, das sind so viele, ey, das ist ultra-explosiv, Leute. Okay, noch zwei. Dann sind alle platziert. Oh mein Gott, okay. Bro, ist das krank. Ist das krank. Jetzt ganz vorsichtig hier. Okay, 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 okay. Gut, äh, dann rüstet euch mal alles aus, falls ihr irgendwas braucht. Oh, MBK ist auch beigetreten. Der weiß jetzt davon nichts, wir können ihn jetzt auch nicht einweihen. Schwierig. Ähm, äh, hier, Knopf. Okay, okay, Knopf. Warte, alles gut, ich hab einen, ich hab einen. Okay, okay, okay. Aber erst danach, ne? Okay. Ja, passt auf, bleibt ihr mal hier hinter mir stehen. Ente, ich hab etwas, was du haben willst. Jetzt müssen wir ihn herlocken. He, 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 he. Oh, wo nicht funktioniert das? Alter, ey, wenn das jetzt funktioniert, ich bin so aufgeregt. So, äh, äh, hier müssen wir es genau hier hin. Meinen Phönix. Haben wir gerade Stress? Ich bin auf der Burg auf einmal. Äh, auf einmal ist hier wer. Ähm, erkläre ich dir später. Äh, zwei, einfach etwas. Äh, warte, ich schreib ihm, halt dich einfach etwas zurück. MBK fragt mich gerade. Ähm, erkläre ich dir gleich. Oder, ich sag, MBK soll Gruppe kommen. Ja, stimmt, 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 stimmt. Da hört uns ja eh keiner. Da oben ist MBK. Okay. Äh, MBK soll Gruppe kommen. Er ist auch gerade eben erst gejobbt. Wie viel bietest du für meinen Phönix? Er muss halt herkommen. Er muss herkommen, sonst macht das alles keinen Sinn. Aber nicht verarsch ihn einfach. Schreib einfach, das ist für eine Aufnahme, weil du in Urlaub gehst. Dann kommt das safe und macht mit. Ist auch richtig ehrenlos. Digga, das ist aber wirklich ehrenlos. Das kann ich eigentlich nicht machen. Er schreibt gar nicht. Echt, warum schreibt er nichts? Mensch, Ente, Junge. Habt eure Fallschaden-Boots auch an, wichtig. Was bietet? Oh, er bietet IT am Leben zu lassen. Ah, das ist ja interessant. Ach, geht auf dir rum. Ey, Bro, äh, MBK. Ich war lange nicht da. Du platzt hier gerade mitten ins Geschehen. Du checkst nicht, was abgeht. Was passiert? Wir haben, also ganz kurz zu einbeilen. Wir haben hier gerade eine Auktions- Alter, was geht? Oh, er kommt. Okay, bleib einfach hier, bleib einfach hier. Warte, kommt alle aus Gruppe raus? Ey, Ente, Ente. Ey, was ist der TNT schon wieder? Ey, Junge, ich will hier normal mit dir reden. Warum kannst du nur TNT platzieren, du Ekliger? Ja, du siehst doch aus. Also ich sag mal so, Ente, ich hab dir eigentlich gerade geschrieben, weil ich hier eine Auktion machen wollte. Eine Phönix-Auktion. Ja, eine Phönix-Auktion, wie du siehst. Ja, alles gut, Heidi, alles gut. Hey, hör auf, Heidi jetzt zu drohen. Ich hab dir ganz normal geschrieben, weil ich eine Auktion machen wollte. Wie du siehst, wie du siehst, hab ich den Phönix in Sicherheit gebracht, damit du ihn nicht klaust. Wenn du ihn haben willst, musst du ihn kaufen. Ich muss ihn kaufen, aber ich hab kein Geld. Naja, ich sag mal so, in Form von Diamanten vielleicht. Diamanten, nicht wie, ne? Ist eine Auktion, du musst bieten. Ja, das kommt natürlich auf dein Gebot an, ja. Und wer bietet sonst noch? Ich. Also ich sag mal so, wir haben krasse Interessenten hier noch. Ja, ich würd's auch haben. Echt? Ja. Also zwei von euch hab ich schon ein Herzchen genommen. Was könnt ihr mir sonst noch geben? Ach, Ente. Okay, alles gut. Mit Ente kann man nicht reden, schade. Wir wollen hier, also... Aber das ist gut, der Fließe ist genau, was der Worte. Ist mein normales Essen. Macht ihr nichts raus. Alles gut. Ja, 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 ja. Bisschen paranoid, ne, Entchen. Jetzt entspannt euch doch mal hier alle, ey. Ich wollt hier nur ne Auktion machen. Und ihr macht hier schon wieder nur eure Kriegsmüll-Scheiße, ihr. Ich spiel zu IT's Kopf. Komm doch jetzt erstmal hier runter, ey. IT's Kopf ist nicht zur Verhandlung. Natürlich. Aufregiert nicht geboten. Guck mal, wie er sich cool da oben fühlt. Der kommt nicht mal runter, ja. Dann geh mit Blackjack's Kopf dazu. Komm erst mal runter, wenn du überhaupt irgendwas willst. Kommt du doch hoch. Na gut, dann geh halt hoch, Blackjack. Naja, okay, also Ente hat wohl kein Interesse. Sehr schade. Ach, Freunde, es ist immer dasselbe. Ja, dann hör doch mal auf, hier nur TNT zu platzieren. Und komm doch mal hier zur Auktion, Alter. Bist du Alphastein, äh, Ente? Sorry, sorry. Ich hör von dir auf zu. Warum? Weil der will mich besiegen nach vorne. Ich will dich nicht besiegen. Ey, runter, runter, runter da. Du hast gesagt zur Lokom. Ich darf dich noch nicht angreifen, deswegen greife ich dich damit. Nein, okay. Hey, ich hab Blackjack in meiner Gewalt. Was wollt ihr tun? Ey, Blackjack, hört auf zu kämpfen da oben. Mein Gott, ey. Kommt hierher. Ja, kommt jetzt. Komm, Ente. Lass uns das bitte anständig machen. Ey, dann geht doch mal bitte weg, Jungs. Ich bin doch hier gerade. Ich will doch einfach eine Auktion machen, ey, Mensch. Ja. Du willst also meinen Phönix haben. Ich will deinen Phönix haben. Hm, okay. Aber, ähm, wie du siehst, haben wir ihn in Sicherheit gebracht, damit du ihn nicht klauen kannst. Was bietest du denn dafür? Was bietest du denn dafür? Oh, ich weiß nicht, dass ich den Leichen aufspüren, weil das mit mir nicht weggelebt wird. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Let's go, let's go, let's go. Jetzt drauf. Drauf, Jungs. Bro. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der von gar nichts? Da hinten, da hinten, da hinten! Ja, weil du dich gerade auch eingeloggt hast. Er muss irgendwo hier sein. Bro, er hat safe so viel, er hat safe so viel Ding verloren. Ja, Bro, er hat safe so viel, er hat safe so viel Ding verloren. No way! Bro, 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 nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, man! Wo ist der? Ach, Mann, wie blind wir aber auch alle waren. Alle haben daneben geschossen. Ach, nö, ey. Ah, verdammt. Ah, Freunde, das wär zu schön gewesen. Checkt ihr das? Mann! Ey, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein, dass der Typ jetzt entkommen ist hier. Ich dreh durch. Oh, Mann! Ich dreh wirklich durch, ey, das kann nicht wahr sein. Oh, ey. Ey, das muss so knapp gewesen sein. Aber wir waren doch alle, ich bin und keiner von uns hat mit einem Pfeil getroffen, ne? Ich wusste halt von nichts. Ich wollte mit Schwer drauf gehen. Bro. Ja, du bist halt grad zu spät gekommen. Wir konnten dich da nicht mehr informieren. Wir konnten dich da nicht mehr informieren. Okay, 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 okay. Bro, er war, er muss so ... Aber was ist denn ein Phönix-Aufsicht? Was ist denn ein Phönix? Bro, wir hatten so einen Phönix gefunden, den ihr wollt ja unbedingt haben. Den haben wir aber verloren inzwischen. Also, wir haben den auch nicht mehr. Ey. Vor allem, er ist direkt abgehauen. Checkt ihr das? Er war so weak. Oh! Das ärgert mich jetzt, ey, Mann. Okay, Jungs, dann Mission Abbruch, Mission Abbruch. Ey, schade, Jungs, aber passt doch euch auf, weil ich glaub, Ente und diese Königskrieger-Bummis, die werden sich bestimmt jetzt rächen wollen. Ja. Wir müssen die wirklich auch mal herzuziehen. War ich das mit Eis? Ne, das war Armee gewesen. Das war Armee gewesen. Aber ich sag mal so, MBK, ich hab ne richtig krasse Creeper-Farm gebaut. Also, wir haben jetzt wirklich gefühlt Unlimited TNT. Also, wenn irgendwas ist, wir kommen. Gefühlt auch alles von denen in die Luft jagen. Ich werd auf jeden Fall mich mal dran machen und richtig viel, ähm, Sand farmen. Ja, ja. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Okay, Jungs, dann, ich werd weitermachen. Ja, wenn was ist, meldet euch. Jo. Okay. Ciao, ciao. Ach, Freunde, ey, was soll ich noch sagen? Schade, es wär so nice gewesen, wenn das geklappt hätte. Ah, er ist jetzt auch schon wieder weg. Oh Mann, ich würd so gern wissen, wie viele Herzen der hatte. Leute, wir müssen auf jeden Fall krassere Fallen bauen. Also, viel, viel krassere Fallen. Aber, naja, Freunde, das soll's mit dem Video gewesen sein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns bis dahin. Ciao. Notwendet 一 Mal. Untertitelung des ZDF, 2020